Meine Kollegin Elfriede Ott hat ein Buch heraus, was heißt, sie gibt ein Buch, ohnehin gibt sie Bücher heraus. Jeder von uns wird aufgefordert, ein Geschichtlein zu erzählen, ganz kurz, schreibt ein Geschichtlein, sie packelt das zusammen und gibt es heraus. Dann steht eine Komödie zweiter Teil, Elfriede Ott, HG, das heißt herausgebracht. Also man bekommt dafür schon bezahlt, das heißt, man kriegt, glaube ich, 1000 Schilling und zwei Bücher. Das ist schon was, aber etwas muss man sagen, sie sammelt entzückende Geschichten, ganz entzückende Geschichten und da gibt es eine, die ich besonders gern habe, die hat auch mit dem jüdischen Thema zu tun. Otto Klemperer, der große Dirigent, war in den Jahren 47 bis 50 der wichtigste Kapellmeister der Staatsoper in Budapest, schreibt Thomas Tarjan, der spätere Geschäftsführer der Oper in Graz. Zu seinen charakteristischen Eigenschaften gehörte, dass ihn die Spielplangestaltung der Direktion nicht im geringsten interessierte. Er dirigierte nur die Werke, zu denen er eine besondere Beziehung hatte. Zu dieser Zeit war ich, Tarjan, Sekretär der Gesellschaft der Opernfreunde und als eine Art Begleiter, Dolmetscher, Bodyguard für Klemperer verpflichtet. Eines Tages äußerte Klemperer den befehlsähnlichen Wunsch, dass er Salome dirigieren wollte. Das Werk war nicht auf dem laufenden Spielplan, aber es existierten immerhin noch das Bühnenbild und die Kostümausstattung. Die Direktion erstellte eine Besetzung, wonach nur die Rolle des Narrabot umbesetzt werden musste. Sie sollte jener verdiente Tenor übernehmen, der in der früheren Inszenierung die heikle Rolle des ersten Juden gesungen hatte. Sie wissen, das ist Judenquintett. Narrabot hat in dieser Oper sofort nach dem Aufgehen des Vorhangs den ersten schwierigen Takt zu singen. Wie schön ist Prinzessin Salome heute Abend. Bei der Klavierprobe schmiss der neu besetzte ungarische Tenor den Einsatz und die Wiederholung gelang ihm auch nicht. Klemperer klopfte ab, der nur wenig deutsch sprechernde Sänger sagte, quasi um sich zu entschuldigen, Maestro, Verzeihung, also ich war früher Jude. Worauf Klemperer antwortet, ich bin das noch immer, das ist keine Entschuldigung.